Hallo Freunde, heute sind wir wieder bei SHIFT HAPPENS, ja ein kleines Ründchen mit, ja ich weiß gar nicht, kann man da noch von Pro Gaming reden oder sind das aber Skills Beyond Human Control, ich weiß es einfach gar nicht, ist es einfach so krass, guck mal wie ich hier mit der springe, wie so eine Hebamme, ist ein Junge, ist ein Junge, flutsch mich mal so raus, aber ich habe dir doch nur, warte mal, warte mal stehen gerade, nein geh weg, nein geh weg, Ich erkenne dir die Vaterschafts-Klein nicht an, nein ich will nicht mehr, nein lass das, so geh weg, so, nein, okay dann tanz ich noch mal, geh weg, halt, alter, jetzt rein, los, geh rein, los, husch, ich bin weg, so, dann bleibe ich jetzt hier, okay, also geht schon mal gut los heute, jetzt komm raus, komm raus hier, komm raus hier, damit es los geht, ach schade, ich wollte gerade nochmal zurück, ah da bin ich wieder, hallo, ich bin's Freunde, so, ich kann es nochmal ganz kurz, ja kooperieren, kommunizieren heißt das, hast ja, boah geil, wie hast du den Linktanz gemacht, der war ja super, ja das können Profis wie ich, ich habe schnell gedrückt, oh neues Bonus-Level freigeschaltet, nein, du hast genug Bonus-Objekte gesammelt, um neues Bonus-Level freigeschalten, schau doch mal auf die Weltkarte, um es zu spielen, es gibt eine Weltkarte, Backspace-Weltkarte, Warum hast du die weg gemacht? Wollte ich gar nicht Klatsch, hier ist mal niemand, hä? Nein, ich wollte auf die Weltkarte, ja, was? Wo sind die Weltkarte? Hä? Jetzt hat man die Schnauze, Mann, Junge, geht dann gar nichts mehr Oh, ist das die Weltkarte, die Weltkarte, Y Alter Warte mal, warte mal, warte mal Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, ah, ich verstehe Warte mal, warte mal, was ist das hier? Äh, ich habe gerade irgendwas Bonus-Level, ist cool, wenn wir beide in die selbe Richtung endlich Ne Oh, Doodle Jump, das war es schon, also wenn einer stirbt, ist es vorbei Nein, wie geil ist das denn bitte, das hat echt was von Doodle Jump, ne? Hä? Hä? Ich raff das noch nicht ganz Drücken halten, drücken halten Jetzt hier hoch springen Nein, Alter, als Fatty ist das natürlich schwieriger Okay, das geht nicht, wenn einer stirbt ist, dann wir direkt drauf Das geht aber Ähm, äh, wir müssen weiter, ah, Alter Alter, was machst du, du musst auf den Ding beenden Du musst auf den Ding beenden Ja, wir hätten uns gegenseitig hoch färfen müssen, oder was? Ich weiß es nicht Äh, das schick ich jetzt auch nicht Es gibt jetzt übrigens nur noch ein Level Oh Super Es gibt nur noch ein Level pro Fall Super Ähm Boah Und jetzt Einfach stehen bleiben, Mann Ne, warum stehen bleiben, wir sind sogar der Soffen Mach die kleinen, mach die kleinen Ja, aber ich komm nicht mehr hoch Ich komm nicht mehr hoch Ich komm nicht mehr hoch Du musst deinen Anlauf nehmen, glaub ich, und rüber springen Gehen wir ja nicht Alter, jetzt bleib doch mal stehen Guck mal, ich komm da nicht rüber Ähm Alter, wie falsch Ja, das wirst du festhalten So Okay, warte mal So Was machen wir denn hier Aber wie, wie komm man denn jetzt, ich kann die jetzt da hoch werfen Ja Aber wie komm ich jetzt denn hoch Hä Ich versteh das nicht ganz, wir müssen beide da hoch Ja, mal ein kleiner Schnitt So, müssen beide da jetzt hoch, oder was Ja, müssen wir ja wohl Lass mich mal fett sein Nimm mich mal da hoch Ich komm da nicht hoch Springen wir in meine Richtung Und ich kann dich auch nicht Ja Oh Gott Oh Gott Ah, das ist es Ja, du musst mich dann aber auch Alter, wie mies ist das Ich will nicht in den Bonuslevel Oh Gott Das ist echt heftig Ja, das ist echt krass Aber irgendwie auch geil Hallo, wir sind Rotpilz und Rewi Ja, so Ich bleib doch mal stehen Was machst du denn? Ich hol die Punkte Werb mich da rüber Hau ab, hau ab Und jetzt muss ich dick werden Und ich fang So, komm rüber Ja So Boah Beho Okay Ich bleib an mich Alter Moin Jetzt sind cool, Alter Was? Never Das Level ist zu heftig Was denn jetzt passiert Hast du das gerade? Hast du das gerade? So, da haben wir euch mal einen Bonuslevel gezeigt Der ist ganz cool Ich würde sagen, wir versuchen gleich mal hier Ja? Dass man mal was gesehen hat Wir wollten uns jetzt mal demonstrieren Oh 105a Guck mal, jetzt gucken wir uns mal einen anderen Level an Catch-Item Ach siehst du, das haben wir noch gar nicht gelernt Hä? Ähm Hast du es gecheckt? Ich weiß ja Ah Ich weiß es darüber werfen Okay, habe ich gerade gar nicht gesehen Und dann alles Na, Alter Als Kunde aus der anderen Seite So Tschüss Okay, das ist ein bisschen einfach Das müssen einfacher Ja, das ist deutlich einfacher Aber das ist ja sogar eine Sache, die damit wahrscheinlich zu tun hat mit diesem Bonuslevel Das heißt, wir sind eigentlich alles bereit dafür Ja, ja, das wusste man halt nicht Ja, das wussten wir wegen der Steuerung und sowas Also natürlich, ja Und ich habe noch zahlreiche andere Ausreden Ja, tatsächlich Komm her Oh, ich krieg die? Nee So Und hab ich das verdient? Sag mal Hier Aua Warte, ich kann nicht an Komm gleich Siehst du, man lernst jetzt 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 Du musst mich fangen Warte Ein bisschen weit geflogen Warte Komm ich eh nicht ran Komm ich eh nicht ran Komm ich auch drei Warte So Komm her, Kleiner Habe ich dich Warte Warte So Komm her, Kleiner Hab ich dich Boah Boah Bist du'n asozialer 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 Fast zu dem Ding gehoppt worden Boah Boah Boah, das wird hart, alter Guckt euch mal das Kollegenschwein an Ja, hol dir den Komm Ja, das wäre eigentlich perfekt gewesen sogar fast So, warte Hm Ja, mal rüber werfen erst und dann gucken Soll ich den Soll ich einmal schnappen Ich würde natürlich sterben, aber ich habe weniger Kugeln als du Guck mal, das wäre nicht so schlimm Ist ja scheißegal Geh schnell, jetzt hoch Nein Wärts mich fangen müssen, aber ich habe die Punkte wenigstens Ne, ich habe die Punkte nicht, die liegen da wieder Fuck Okay, was auch Willst du versuchen, ich fange dich dann Okay Alter, ich habe ihn nicht bekommen gerade auch irgendwie Ja, ohne den Ist doch scheißegal Ist doch scheißegal Shift happens, weißt du Willst du mich vielleicht, äh, fangen? Na, jetzt lass mich kurz nachdenken Wir müssen ganz schnell sein, aber ich habe den gerade nicht bekommen, hast du es gesehen? Ja Ja Ich konnte dich leider nicht Alter, man muss da stehen bleiben eine Zeit Ja, du musst ja gleich wieder links rüber springen Entschuldigung Hä, ich check's Also einmal, du musst springen und dann musst du mir in die Arme springen quasi Okay, los geht's, komm Also wie immer, wenn wir uns sehen Oh Gott, war der schuldig das war Sau schwer Zum Glück muss ich das nicht machen Ja, aber wäre sogar besser, wenn du das machst Von der Seite aus Weil guck mal, wie sich das Ding dreht Wenn du jetzt hier hoch springst nämlich Nee, aber guck mal, das dreht sich doch in diese Richtung Also zum blauen hin Ja, aber das ist doch viel näher bei mir als bei dir, wenn er nach oben kommt Nee, wenn das Ding nach hinten schon wieder weggeleitet, dann Du willst nur versuchen, nicht zu springen Ist egal, komm her Komm her, raus Na gut, was soll's Das geht nicht Ich war genau drauf gerade Wieso, wieviel Zeit soll ich denn brauchen, bitte? Was? Achso, ich muss ja wieder überleben Also ich kann's natürlich probieren Ja, probier mal Warte mal, ich mach mir erstmal dick So, warte Ja, ich hab dich dick gebreit, ich bocke nur noch Hä? Hä? Toll Warte So, hat er geklappt Warte Okay, schnell, jetzt War zu spät Nein Du hast ihn aber auch nicht gekriegt? Doch, ich hatte den schon Nee, aber Der hat schon Wiesen gemacht, okay Warte Hä, wie sagst du mich Hä? Jetzt Ah, das geht tatsächlich Ich kann's schaffen Ja, nimm's ja alles Nee, ach, komm Es sind ja nur 5 oder so So, wir haben die Die Spannung steigt gerade Der Zuschauer ist versiert Okay, warte Okay, warte Ich kann das auch schon Aber probier's ruhig lieber nochmal Achso, okay, warte Ja, nein Ja! Boah, geil Das Problem ist, aber ich muss jetzt trotzdem noch rüberkommen Ja, warum brauchen wir jetzt schnell ab? Du wirst mich gar nicht Warum hast du mich geworfen? Ich war geflext, weil ich so oft da drauf gerückt habe Okay, warte Du musst dich auch garantiert irgendwie Nein Nein! Die kriegen wir nie wieder Doch, Alter, wenn du mich mal wiederbeleben würdest, könnte ich die holen Der gierige Luffel Weißt du, kommt da mehr als 3? Da will ich dich alle reinziehen Nein, ich bin voll der Bescheidene Weißt du? So, okay Hä? Warum? Are you ready? Ich bin ready Du musst mich jetzt aber wirklich Du musst mich jetzt aber wirklich Oh, das war zu spät Okay Danke In den Bauch Ich wollte nochmal einen Schweiß an deinen Haaren abwischen So Der Drecksack Okay, jetzt hab ich dich Okay Ich krieg dich schon, komm Okay, jetzt du Ich komm nicht mehr rüber, jetzt du Ich komm doch jetzt nicht mehr rüber, ich war nicht doof Meinst du, ich fall darauf rein? Ehrlich gesagt wirst du gerade versehen So Jetzt mach Ja Okay, jetzt werf ich die nach oben am besten Gut Was ein Spaß dieses Spiel, ey Schön Woll ich überhaupt nicht Ja klar Woll ich nur ärgern Woll ich nicht Boah, wie sanke So, jetzt komm rüber Jetzt aber richtig Okay Ähm, du musst da hinten rüber Da kommt der Hä? Oh, du musst den fangen Eins, zwei, go Schön Werfen wir so viel darüber wie geht Ich glaub da kommt noch einer, ne? Äh Jetzt werfen wir es mal genommen Hä? Ah warte, wo ist das Ding? Geh jetzt Hä? Ne, das ist wieder so Hast du da kann ich, hä, was hab ich denn sonst Warte mal Boah zum Glück Werfen wir mal Aber ich mit Profis, weiß So Ähm Kannst den ja auch nicht Ja, kommt doch da nicht durch, oder? Das ist, das ist, guck mal, das ist doch diese, diese Brücke Hier, da hast du diese Anti, Anti-Kubi-Kubi-Kubi-Kubi-Kubi-Kubi Dann muss ich mal hier hinten mal gucken Ach, ich weiß, was Ich bin auch doof Warte, warte, warte Ich muss hier einfach nur rüber springen, glaub ich Hier, fang mich mal, fang mich mal Fang mich doch, du Eialdorch Beklappt Yeah, nice Okay, ob ich das Ding noch verschieben Äh, warte, ich muss jetzt hier hochschießen Und ob es einer da rüber Hä? Das geht irgendwie nicht Das geht nur von der anderen Seite rüber Nein, nein, wir müssen die beide zusammen Das ist ein riesiges Nein, das waren diese Dinger, stich X Darf ich mich mal hoch? Das ist einfach zu schön, ey So, jetzt müssen wir das hier erstmal zurück Aber um das Ding da oben zu bekommen, ist doch gut Bring einfach mal drauf und fang mich Oh, warte, lass mal kurz zu mir ziehen Ja Hä, willst du zu mir ziehen? So, warte Jetzt hier und jetzt spring hoch Schönen Schön Ja, super Achso, ah, du musst mich Du musst mich wieder fangen Hm Hallo Warte, nochmal Komm mal Komm, kleiner Dankeschön, Onkel Du wächst ja vertrauenswürdig Oh, scheiße, ich hab nie nach oben gebraucht Wächst ja vertrauenswürdig Obwohl eigentlich sehen die Kreaturen echt ein bisschen süß aus Hä? Auf jeden Fall Was sind das denn für Ansaugenfahrung Warte mal Ich hab ne Idee, ich spring nach oben, dann werfe ich dich Oder so So Warte mal, werf mich mal nach oben, kurz So Komm ich nicht so weit rum Werf doch einfach nach oben Ich dachte, ich könnte dich vielleicht zu cool da rüberwerfen Alter War ich mir ja nicht so Mhm, du hast es versucht Ja, ich dachte, das hätte ja auch geklappt, aber Ich hatte dann Nein, nein, nein Komm mal her, ich will was testen Ich kenn deine Tests Was Muss ich jetzt fangen irgendwie, ne Am besten wieder Warte mal, ich spring mal hier so Zack Jetzt Warte Sehr schön Boah, der wird immer anspruchsvoller, also Oh, jetzt ist dieses Ding wieder Ja, und es gibt dann noch andere Wälder Äh, andere Wälder Nachher kommen wir in so einen Wald auch noch und so Ah, warte mal Du wirst mich rüber Ich mach mich dick Und stehe dann auf der Plattform Okay, bist du überreist? Ja Mega Mega Jetzt muss ich noch rüberkommen Ähm Hm Bleib da bloß draufstehen Hehehehe Ja, wir verlieren das Ding Als dicker geht das dann Nein, nein, nein Hey, steht doch drauf, achso, ich dachte jetzt steht drauf Ne, ich glaub ich kann nicht da runter, oder? Vor allem, guck mal da rechts, wo das Ding ist, wie sollen wir das da hinkriegen Ähm, du musst irgendwie rüberkommen, aber ich weiß nicht wie Ich muss mich klein machen und rüber springen Okay Fuck Ich hätte dich vielleicht fangen sollen Ja, das wär's gewesen Nein Ja, kannst du haben Achso, egal Zum Geburtstag, nachträglich Das war lieb Ja, ist kein Problem Guck mal, wir werfen wir nochmal rüber, das war nicht die richtige Stelle Ich muss mich dick machen in dem Moment dann Zur Sicherheit einfach mal So, und jetzt Und jetzt muss ich mich klein machen und da rüber springen Nein, dann auf, stehen bleiben, wirst du schon wieder So bin ich höher Ich muss, du musst dir aber, pass auf Mach dich jetzt schon mal groß Genau, genau, genau Und jetzt musst du aber gleich springen Okay, ready? Ja Go So Okay, jetzt ist aber die Frage Äh Kann ich dich einfach hier absetzen? Das probieren? Ja Und jetzt springen wir rüber Und jetzt auf die andere Seite, meinst du komm ich hin? Du musst dich, du musst dich aber groß machen im Flug Nee, das geht sogar so Oder so Äh Ja, aber das geht Mach dich groß, geh nach unten Eine Etage nach unten Mega Cool Wir sind einfach die Besten, die Besten Willst du, hier werf ich dich nochmal hoch? Achso Achso Entschuldigung Warte Ja Cool Sau geil Wir haben aber trotzdem noch die Special Haben wir aber nicht gefunden in diesem Level Haben wir nicht gefunden Ne, wusste ja nicht was war Hätten mal, hab ich aber auch nicht richtig Ausschau geeignet, muss ich jetzt sagen Ne, ich auch überhaupt nicht War trotzdem eine spannende Folge Sowieso mental überfordert Das Problem ist, man muss echt viel rätseln gerade Man muss echt viel rätseln Ja, aber es macht mega Spaß Ja, leider ja Also wirklich Ich hoffe euch mindestens genauso wie wir wisst es ja noch gar nicht Aber ey Jetzt werden wir dann noch in den Kommentaren sehen Vielen Dank fürs Zuschauen Wir sehen uns dann wieder in der nächsten Episode Wrow Wir sehen uns die Kommentare Das ist für eine Woche Diese Folge wurde präsentiert von Kellogsmax Rollbar Leiter Vielen Dank.